Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Samstag, dem 27.04.2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 606 und ja, ihr habt richtig gehört, es ist Samstag und ja, ich hatte Lust zum Podcasten und deshalb nehme ich heute auch eine Daily auf. Heute zum Thema, die dritte, OPPO, Intel, Apple Watch, Abgang und GPS Tracker. Ich beginne mit Intel, da gibt es jetzt nämlich eine schöne Erklärung, eine schöne, ja wie soll ich sagen, Geschichte, ein Interview mit einem Intel Mitarbeiter, ein bisschen höherer Intel Mitarbeiter natürlich, der erzählt hat, warum man nicht mehr auf 5G-Chips setzt, respektive keine solche mehr entwickelt. Der Grund ist relativ einfach und liegt aber nicht nur daran, dass Apple quasi abgesprungen ist, Nachdem sie sich ja jetzt ziemlich Hals über Kopf mit Qualcomm geeinigt haben, werden natürlich ab 2020 für mindestens die nächsten 6 Jahre auf Chipsätze von Qualcomm gesetzt. Ich nehme an, das wird ein Bestandteil von dem ganzen Deal oder von dem ganzen Übereinkunft gewesen sein und somit will Intel da in diese Richtung nichts mehr machen. Ist wahrscheinlich auch nicht die schlechteste Idee von Seiten Intel, um sich dann da auf andere Dinge zu konzentrieren. Wasserdichtigkeit. Auf dem Bokipsi.ch-Blog habe ich einen Beitrag geschrieben vor langer, langer Zeit, der beschreibt, was die ganzen IP, IPX, 5, 6, 7, 8 und so weiter Begriffe bedeuten. Das sind in den meisten Fällen, heisst das irgendwie, dass ein Gerät, was eben eine solche Zertifizierung hat, eine halbe Stunde, einen Meter oder einen halben Meter oder wie auch immer, unter Wasser sein kann und ohne dass es Schaden nimmt. Bei der Apple Watch scheint das ein bisschen dauerbeständiger zu sein. Zumindest behauptet ein Surfer aus den Staaten vor 6 Monaten circa seine Apple Watch verloren zu haben und hat dann eigentlich wollen über den, wie heisst es, den Findenmodus, den Verlorenmodus, jetzt ist es gegangen, das Gerät zu finden. Da kann man ja zum einen den Standpunkt des Gerätes sehen, aber natürlich auch Auslösen von Alarmen und auch die Anzeige, wem das Ganze gehört. Und jetzt, wie gesagt, nach 6 Monaten später ist ein Muschelsammer am Strand unterwegs gewesen, in der Nähe, da wo es verloren gegangen ist. Und der hat eine Apple Watch gefunden, ein bisschen milchiges Glas, hat das Ganze auf die Ladestation gelegt und dann die Adresse angezeigt bekommen von demjenigen, wo das Ganze gehört. Und ja, quasi ein Happy End, ein halbes Jahr unter Wasser. Das hatten wir ja vor ein paar Jahren schon mal mit einem iPhone, respektive es war noch ein anderes Gerät, was das einmal hatte. Nicht schlecht, würde ich doch behaupten. Das Apple Design Team besteht aus ca. 24, 25 Mitarbeitern anscheinend. Und da hat es in den letzten 2, 3 Monaten, inklusive dem kommenden Monat, einen grösseren, in Anführungsschlusszeichen, Abgang zu verzeichnen geben. Es sind zwei schon gegangen Mitarbeiter, die insgesamt über 35 Jahre bei Apple sind, plus ein weiterer wird gehen. Wenn die Namen interessieren derjenigen, sagen mir leider nichts. Das im Artikel ist verlinkt auf daily.geektalk.ch. Der dritte, der geht, Julian Hönig, der ist nun schon seit 10 Jahren bei Apple und hat gemeint, dass eben einiges an neuen Mitarbeitern nachgerutscht sind in letzter Zeit. Und da Apple ja an doch mehr als einem brandneuen oder komplett neuen Produkt arbeitet, sind sicherlich solche neuen Ideen, neue Visionen etc. nicht das Dümmste. Dürfen wir mal gespannt sein, wie das weitergeht und wie der junge Herr als Chef vorne dran die ganzen dann auch im Griff hat. Ja, zu guter Letzt eine ziemlich hässliche Neuigkeit. Es gibt sie Tools, die euch das Auto absichern. Zum einen vor Diebstahl und so weiter und auch die Möglichkeit bietet, das Ganze zu Orten etc. Da gibt es zum Beispiel iTrack oder ProTrack. Das sind beides Lösungen, die fix vorinstalliert in Autos sind und die aus dem chinesischen Markt kommen. Die beiden sind anscheinend ziemlich hässlich oder ziemlich unschön abgesichert. Ein Hacker, der sich L&M nennt, hat sich gegenüber dem US-Tech-Magazin Motherboard gemeldet und ein bisschen aus dem Nähkästen geplaudert. Er konnte da von tausenden von Kunden die ganzen Daten raussaugen. Zum einen konnte er generell die ganzen Daten raussaugen und die dann nachher mit den Standard-Passwörtern abfragen. Anscheinend hat man da es verpasst, nach der Installation den Benutzer aufzufordern, das Standard-Passwort zu ändern. Ein Ding, was eigentlich heute nicht mehr vorkommen darf. Und noch ein paar andere Dinge sind da ziemlich unschön gelagert, sodass schlussendlich er dann eben mit diesem Passwort an Adressen, Telefonnummer, Klarnamen, Hardware-Identifikationsnummer und eben die genauen Daten oder aktuellen Daten vom Auto bekommt. Und noch viel unschöner ist, alle Autos, oder es gibt gewisse Modelle, die da auch noch eine Möglichkeit haben, Motoren abzuschalten, sofern die stehen und oder unter 20 Stundenkilometer fahren. Er meinte da eben gegenüber dem Magazin, dass er quasi den Verkehr von vielen, vielen Fahrzeugen durch viele, viele Fahrzeuge beeinträchtigen könnte. Und das sind natürlich Dinge, die ziemlich unschön sind. Lest euch am besten, wenn euch das interessiert, den Artikel mal ein bisschen genauer durch. Da stellen sich einem die Haare zu Berg und man kann nur hoffen, dass sein eigenes Auto so ein System nicht drin hat und oder, dass die Systeme, die andere Hersteller verbauen, nur annähernd sicher sind. Das ist zu hoffen zumindest, genau. Das waren es, die Neuigkeiten, die ich eigentlich für euch bereit hatte. Aber eines habe ich noch, weil eigentlich wollte ich am Donnerstag schon darüber reden. Da habe ich es irgendwie komplett, ging es mir unter. Gestern hatte ich es sogar im Titel drin und nicht besprochen. Und heute möchte ich das unbedingt noch nachholen, weil ich war am Mittwoch an einem Event, der eigentlich relativ klein gestartet hat. Zumindest haben viele gedacht, dass das nur so ein kleiner Schweizer Event ist, wo ein neues Smartphone vorgestellt wird. Weil knapp zwei Wochen vor eigentlich Oppo schon gezeigt hat, mit der Suisse kommt zusammen, dass sie da an einem neuen Gerät oder das erste 5G-Gerät, was in der Schweiz erhältlich sein wird, von ihnen kommen wird. Aber das war dann ein bisschen anders. In Zürich gab es die Vorstellung vom Oppo Renault insgesamt in drei verschiedenen Varianten. Und das war der Europa-Start. Da haben sie Influencer und Journalisten und alles Mögliche aus der Halb-Europa zusammengekarrt. Und 350, 400 Leute waren da anwesend. Und dann hat man uns eben gezeigt, zum einen wer Oppo ist, was für Möglichkeiten sie haben, wo sie stehen, wo sie herkommen und eben dann, was die neuen Geräte sind. Sehr, sehr spannend. Ein Gerät, wie ich finde, für 999 Schweizer Franken. Ich glaube, in Euro waren es 7,99 oder etwas so in der Währung. Er kommt zuallererst weltweit in der Schweiz auf den Markt im kommenden Monat, also im Mai. Und wird eben das erste Gerät sein, was mit 5G funktioniert. Und da freue ich mich doch schon sehr stark. Seit eineinhalb Wochen haben wir ja 5G hier in der Schweiz. Wir auch hier im Dorf, circa am Ende des Dorfes, ist eine unserer drei Antennen umgerüstet schon auf 5G. Und da möchte ich doch schon meine ersten Tests mit dem Gerät machen. Da freue ich mich schon drauf und hoffe, dass das bald bei mir ankommt. Und dass ich dann euch auch, jetzt mal im Blog, aber natürlich auch im Geek Talk Podcast, ein bisschen was über 5G erzählen kann. Und ja, somit endlich habe ich es geschafft, über OPPO zu sprechen. Davon gibt es sicherlich in Zukunft mehr, weil die haben einiges vor. Auch hier in der Schweiz ein Büro mit über 20, oder nie, Zahl haben sie nicht genannt, aber doch irgendwie um die 20 Mitarbeiter, also nicht ohne. Und ja, ich denke, wir werden noch einiges hören von OPPO. Schließlich der 4. oder 5. größte Smartphone-Hersteller weltweit. Auch wenn er bis jetzt noch eben bei uns nicht im Markt war. In diesem Sinne, besten Dank fürs Reinhören. Euch ein schönes Wochenende. Und ja, nächste Woche hört ihr ja wieder vom Achim. Ich glaube, dann ist er immer noch unterwegs irgendwo da im Osten, Estland und so weiter. In diesem Sinne, wir hören uns wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss.